Hallo und herzlich willkommen zurück zur Approximation mit Fourier-Reihen. Ja, wir sind letztes Mal mitten im Beweis stehen geblieben, dass diese Gleichung gilt, dass wir die Fourier-Kerne darstellen können als diesen Bruch aus Sinus-Term und haben das Problem aber jetzt so weit reduziert, dass wir nur noch zeigen müssen, dass dieser innere Grenzwert hier, Sinus n u halbe durch Sinus u halbe, dass das gegen n geht, also dass der Grenzwert davon n ist. So, wir haben so ein ähnliches Argument schon mal gesehen, nämlich in Satz 2,2, also im Beweis davon. Und in dem Fall haben wir wieder den Fall, wenn ich da jetzt zwei Kpi einsetze, steht hier 0 durch 0, das heißt, ich darf die Regel von L'Hôpital anwenden. Und mit der Regel von L'Hôpital kriegen wir dann folgendes raus. Ja, das sagt uns erstmal nur, wir betrachten n halbe mal Cosinus von n u halbe, also die Ableitung des Zählers, durch die Ableitung des Nenners und lassen jetzt hier u gegen 2kpi gehen. Das ist vielleicht ein Vollgefall, das ist ein bisschen schlecht, machen wir hier mal einfach Doppelpunkt hin. Das geht dann schon besser aus. Und jetzt gucken wir uns an, was passiert denn da? Naja, da passiert n halbe mal den Cosinus von, jetzt müssen wir da eben entsprechend einsetzen, die 2 geht raus, wir dürfen einfach einsetzen, weil der Cosinus stetig ist. Das heißt, hier steht Cosinus von k mal n mal pi. Und das Ganze geteilt durch ein Halb mal den Cosinus an der Stelle k mal pi. Und jetzt kommen wieder diese üblichen Darstellungen des Cosinus in diese minus 1 Darstellung. Zunächst mal sehen wir hier, hier kann ich ein Halb gegen ein Halb kürzen. Dann kann ich das n nach vorne ziehen. Und dann steht hier minus 1 hoch k mal n. Und hier unten steht minus 1 hoch k. Das heißt, wenn ich das umstelle, bin ich bei n mal minus 1. Und das Ganze hoch k mal n minus 1. Jetzt müssen wir das noch irgendwie ausnudeln. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal das 2 Stern. Da steht jetzt nämlich fn für u gegen 2 k pi geht gegen 1 durch n. Und den inneren Grenzwert haben wir jetzt ja aufgelöst. Der ist nämlich n mal minus 1 hoch k mal n minus 1. Und das Ganze zum Quadrat. Das heißt, hier quadriere ich irgendwie eine minus 1 oder eine 1. Da kommt auf jeden Fall die 1 raus. Das heißt, hier steht 1 durch n mal n Quadrat mal 1. Wenn wir das ganz plakativ hinschreiben wollen. Das ist dann aber natürlich nichts anderes als n. So, und wegen 1, da ist die 2 pi Periodizität, wissen wir jetzt, f ist n 2 pi. Und 2.9 ist damit auch bewiesen. Jo. Na, also das war jetzt ein bisschen der elementarere Fall für Lopetal. Weil da passiert jetzt nicht ganz so viel Schlimmes, weil die Ableitungen nicht so ekelhaft aussehen. Aber nichtsdestotrotz ist das nach wie vor ein wichtiger Satz, weil der kommt immer mal wieder vor. So, drittens hatten wir erschlagen, dadurch, dass wir diese Darstellung jetzt haben. Das heißt, jetzt wollen wir nachrechnen, dass das Integral der Fourier-Kerne wieder normiert aufs Maß gerade 1 ist. Also, was müssen wir ausrechnen? Wir müssen ausrechnen 1 durch 2 pi mal das Integral. Und, ja, letzten Endes wollen wir das halt drauf zurückführen, dass wir halt irgendwie da das Integral über die Dirichlet-Kerne reinschmuggeln, weil dafür haben wir es ja schon gezeigt. Und letzten Endes ist es auch genau das. Wir führen die Fourier-Kerne über die Definition zurück auf die Dirichlet-Kerne und wenden dann diesen Satz an, der uns sagt, okay, die Dirichlet-Kerne im Integral sind gerade 1. Also, Integral minus pi bis pi. Fn von u du. Das ist gleich 1 durch 2 pi. Jetzt setzen wir die Definition ein für die Fourier-Kerne. Und dann haben wir hier 1 durch n mal. Und jetzt kommen wir einfach die Summe da rein, der Dirichlet-Kerne von j gleich 0 bis n minus 1. So, und damit sind wir de facto da, wo wir hinwollen, weil das ist eine endliche Summe. Das heißt, ich darf wieder Summation und Integral vertauschen. Das heißt, ich lande bei 1 durch n. Dann kommt die Summe. Dann habe ich hier drin das 1 durch 2 pi. Und dann habe ich hier das Integral von minus pi bis pi, dj von u, d u. Ich setze mal hier vorsichtshalber Klammern, dass man jetzt halt wirklich sieht, was zu was gehört. So, und wir wissen aber, dieses Integral hier hinten, also dieses 1 durch 2 pi mal das Integral, das ist gemäß Formel 2.5, oder Satz 2.2 müsste es gewesen sein, das ist gerade 1. Das heißt, hier steht 1 durch n mal Summe j gleich 0 bis n minus 1 über die 1. Wir haben, wie viele Elemente sind es hier genau? Genau, n Stück. Das heißt, 1 durch n mal n, das ist 1. Damit haben wir jetzt eine nette Geschichte hingeschrieben für dieses Integral. Das heißt, wir haben durch diesen Übergang zu den Foyer-Kernen diese angenehme Eigenschaft der Dirichlet-Kerne nicht verloren. Was hier daraus aber gleich folgen wird, das ist eine Folgerung aus diesem Satz, ist, dass die L1-Norm dieser Foyer-Kerne beschränkt ist. Und das ist der große Vorteil, den wir haben gegenüber der Dirichlet-Kerne. So, fünftens. Kurze Memo, was wollen wir denn überhaupt zeigen? Wir wollen zeigen, für alle Eta aus 0 bis Pi gilt, dass wenn ich den Limes n gegen unendlich betrachte, für das Supremum von 0, äh, Eta, kleiner Betrag u, kleiner gleich Pi, hier sogar kleiner gleich, und dann hier den Foyer-Kern hinjage, dann ist das gleich 0. So. Das können wir halt machen, indem wir einfach sagen, okay, dieses Supremum geht gegen 0. Das heißt, wir müssen uns dieses Supremum mal ein bisschen genauer angucken. Und für dieses Supremum hilft uns jetzt halt diese Darstellung, die wir in 2 gerade bewiesen haben. Zunächst mal eine simple Feststellung, und zwar zu jedem u aus r gibt es ein Alpha größer 0, sodass der Sinus-Quadrat von u halbe größer gleich ist als das Alpha. Und das ist dann wieder größer als 0. ist im Wesentlichen eine Umschreibung dafür, dass der Sinus nie negativ wird, also der quadrierte Sinus nie negativ wird. Und in den Nullstellen ist es durch diese Gleichheit gerettet. Weil wenn ich eine Nullstelle treffe, ist ja die Hälfte der Nullstelle nie eine Nullstelle. Genau. Wenn ich das weiß, muss ich jetzt nur noch eine Einschränkung und das u treffen, weil das gilt natürlich nicht für beliebige u aus r. Aber uns interessieren ja auch nicht beliebige. Sondern uns interessieren ja nur speziell diejenigen, die irgendwie zwischen 0 und Pi liegen. Oder zwischen Ether und Pi liegen. Also wenn wir uns das angucken, vielleicht eben den Sinus-Quadrat plotten. Moment. Wenn wir uns mal eben den Sinus-Quadrat plotten, dann sehen wir das nämlich auch sofort. Also Sinus von von x halbe und das quadriert. Nein. Seitdem soll das auf Kas umgestellt haben, kann ich damit nicht mehr arbeiten. Und dann sehen wir sofort das. Und wir sind irgendwo hier auf diesem Intervall von 0 bis Pi. Und da sehen wir, die einzige Nullstelle, die uns da ins Gehege kommt, ist halt die 0. Die haben wir explizit ausgeschlossen, weil das Ether ja größer als 0 ist. Das heißt, egal wo ich hier das Ding hinsetze, es gibt immer einen Alpha, das ich da drunter legen kann, was auch dazwischen passt. Das ist halt die einzige Aussage, die hier hinter steckt. Das ist jetzt dahingehend wichtig, dass wir diese Abschätzung jetzt benutzen können in Kombination mit dieser Darstellung aus 2. Also damit können wir jetzt folgendes sagen. Wenn wir mal nur dieses Supremum betrachten, zwischen Ether und Betrag u, dann können wir jetzt zunächst mal für die Fn u diese Darstellung aus 2 einsetzen. Dann steht hier das Supremum, Ether kleiner gleich Betrag u, kleiner gleich Pi. 1 durch n mal, und jetzt Sinus Quadrat n u halbe und Sinus Quadrat u halbe. So. Das hier, das ist kleiner gleich 1, weil es der reelle Sinus ist. Das hier unten. Das ist kleiner gleich Alpha. Äh, größer gleich Alpha, Entschuldigung. Das ist nämlich genau der Term hier. Das heißt, wenn ich jetzt den Kehrwert bilde, ist das kleiner gleich 1 durch Alpha, das hier steht. Das heißt, das hier, das hier ist kleiner gleich und jetzt ist dieses Supremum halt wegdiskutiert, weil das ist plötzlich überhaupt nicht mehr von u abhängig, was hier steht. Das ist also, schauen wir es mal ganz plakativ hin, das Supremum, Ether kleiner gleich Betrag u, kleiner gleich Pi, über 1 durch Alpha n. Das ist komplett unabhängig von u. Das ist natürlich abhängig von Alpha und Alpha ist wieder abhängig von u. Aber, dadurch, dass es so ein Alpha immer gibt, ist es halt letzten Endes scheißegal. Das heißt, ich darf hier das Supremum weglassen und dann habe ich 1 durch Alpha n. So, und jetzt bilde ich halt auf beiden Seiten den Grenzwert. Lass also n gegen unendlich gehen. Und dann steht da 0. Und damit haben wir es. Okay. Gut. Ich setze das hier mal sicherheitshalber in Anführungsstrichen. Ich habe ja gerade argumentiert, das ist eigentlich nicht ab, unabhängig von u. Aber du findest für jedes u zwischen Ether und Pi so ein Ding. Das heißt, du nimmst einfach letzten Endes das, was dann für alle gilt. Gut. Damit haben wir also diesen sehr technischen Satz hingeschrieben. Jetzt wollen wir eine wichtige Folgerung ziehen. Folgerung 2.13. Für alle n aus n gilt Norm Fn gemessen in der L1-Norm von minus Pi Pi gleich 1. Also das ist nicht nur beschränkt, es ist sogar noch 1. So, was müssen wir für den Beweis tun? Ja, wir müssen ein Integral ausrechnen. Denn wir müssen einfach ausrechnen die Norm von Fn in der L1-Norm minus Pi bis Pi. Ja, was ist das? Das ist das Integral von minus Pi bis Pi. Dann kommt hier der Betrag Fn von u rein. Entschuldigung, nicht 1, 2 Pi. Dann kommt hier der Betrag rein. Jetzt wissen wir aber nach 2.12 drittens, dass Fn immer größer gleich 0 ist. Also ist der Betrag gleich Fn. Und da haben wir ja aber ausgerechnet in 2.12 4, dass das 2 Pi ist. Ja. oder man schreibt es hier oben wieder hin als 1 durch 2 Pi mal die Norm gleich 1. Je nachdem, was ihr hübscher findet. Das ist einfach nur Ästhetik. Das heißt, der wesentliche Unterschied zwischen Fj und Dirichle-Kern ist, dass diese L1-Norm bei den Fj Kern beschränkt ist. Dass sie jetzt sogar noch gleich ist für jedes N, das ist ein netter Nebeneffekt. Aber das ist der wesentliche Konstruktionsvorteil, den die Dinger haben. Weil wir haben eine L1-Funktion F, wir haben diese Funktion F über die Fj Kerne mit den partiellen Foyer-Summen verheiratet. Und dann wäre es ja schön, wenn diese Fn halt auch L1-Funktionen wären, weil sonst haben wir Probleme unter Umständen. So ermöglicht es uns halt, volles funktional analytisches Repertoire zu starten, wenn wir wollen. Weil wir haben L1-Funktionen. L1-Funktionen können wir gut kontrollieren. Gut, das ist der Abschluss von Kapitel 2 und nächstes Mal starten wir dann wieder mit Foyer-Reihen an sich durch und werden direkt mit einem richtig dicken Satz beginnen. Nämlich, dass wenn wir eine Funktion F in C 2 Pi haben, dass dann diese n-partiellen Foyer-Summen für n gegen und endlich tatsächlich gegen die Funktion konvergieren, und zwar gleichmäßig auf ganz R. Das ist ein sehr dicker Satz. Und daraus werden wir dann einige lustige Konsequenzen ziehen. Gut, dann bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüss.